So, auf zum nächsten Teil. Unsere Frage ist immer noch, wie kommen wir da rüber? So. Ah! Hilfe! Ich glaube, ich habe es jetzt herausgefunden. So halbwegs. Jetzt heißt es schnell sein. Ja! Ha! Oh. Was jetzt? Okay, natürlich kommen wir da hoch. Ja, 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 ja. Es ist unmöglich. Alles klar. Das ist wirklich ein bisschen komplizierter. Äh. Hat schon... Mist. Hm. Ja. 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 he 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 dummes Vieh so jetzt wäre es cool nochmal so einen zu haben ich meine ich habe jetzt drei Lebenspunkte aber trotzdem coole Sache ging ja doch einfacher als ich gedacht habe jetzt kommen nur diese Bomben wieder dazu so jetzt haben wir glücklicherweise diesen Schlüssel womit war hier jetzt wohl war ein Ei beziehungsweise immer noch ein Ei hier muss es doch genau jetzt kommt die Bombe gerade jetzt so ha dong jetzt können wir auch hier durch so und was haben wir hier äh auch sehr interessant ploff 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 war das jetzt gut oder war das jetzt schlecht irgendwie habe ich das jetzt nicht so ganz gecheckt was das jetzt gemacht hat richtig kommt man da noch irgendwo hin nein achso man muss eine richtige Kombination hinkriegen habe ich das gefühl habe ich das gefühl so nein so 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 nein so 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 nein so auch nicht so so und so ebenfalls nicht da da ja hatte also doch eine Kombination am Hut Wahnsinn Wahnsinn okay das heißt so viel wie wir müssen wieder zum anfangen hin oder irgendwo dort in die Nähe auf jeden Fall müssen wir den ganzen Weg jetzt hier erst wieder zurück ein Stück oh 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 da gehe ich doch lieber gleich rein wie auch immer nee da könnte irgendwo irgendwas wichtiges drin sein ich probiere einfach mal so eine komische Bombe mitzunehmen ouch ja gut hier war das lang oder war das hier lang dann hier lang müssen wir mal gucken dann dann genau lag ich ja doch ganz richtig so schnapp i i das bewegt sich hier komischerweise ohne dass man es sieht aber es bewegt sich so jetzt wird es lustig hier wieder bang schnapp und drüber da und drauf da und jetzt kann ich wieder nichts tun bla 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 hallo ich bin das komische kaninchen hunde tamagotchi pudel wesen wow ah macht keine sachen hier ok wir stehen also kurz vorm endgegner woran ich das erkenne ganz einfach da war so eine art ah helfe da war etwas was mein leben aufgefüllt hat das heißt hier hinter kommt jetzt gleich sicherlich irgendwo der endgegner i get ja genau jetzt kommt da wohl mal gucken was jetzt auf uns zukommt aber wir haben vier lebenspunkte ey wahnsinn ja 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 die oma i'm gonna have to hurt you if you don't fess up ja 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 rede ich werde sagen nicht sagen ja genau setz sie unter Druck die alte oma so bla wie auch immer aber da kommen wir der tapfere retter pudel pacman freund stop joker what do you mean stop you're a nasty little pest ja 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 du mich auch du bist doch ein kleines dummes etwas hörst du am geckbomb ich frage mich eigentlich wie groß dieses Vieh ist weil das war ja eigentlich ziemlich riesig so ich überlege gerade ich glaube wir machen hier einen cut damit wir gleich den bosskampf ohne unterbrechung erleben können so wir sehen uns also gleich wieder wenn es wieder heißt let's play Flo Noah mit Darth Weener bis gleich tschüss tschüss